Vor langer Zeit, als die Bäume wuchsen und der Wald grün und dicht wurde, war vieles anders als heute. Die ersten Tiere kamen und siedelten sich dort an. Die Menschen holzten die Bäume ab und schufen Platz für sich. Dadurch mussten die Tiere in die Berge fliehen. Menschen bauten Häuser. Das genügte nicht. Sie wollten immer und immer mehr. Und sie bewirtschafteten nun auch das Land an den Steinen hängen. Keine clevere Idee, denn dann galt Rutschgefahr. Und die Tiere fanden kein Futter mehr. Menschen wollten sich für die Natur einsetzen. Sie kamen auf die Idee, Samen anzupflanzen und sie zu pflegen, um wieder mehr Bäume zu kriegen. Und dadurch besseren Halt an den Steinen hängen zu haben. Dies dauerte einige Jahre. Dadurch vergaßen sie sich, um die alten Bäume zu kümmern, die dadurch verwesten. Bis heute ist das so. Keiner kauft mehr Holz als der Schweiz. Und die Waldarbeit wird schlecht bezahlt. Da fragt man sich, wie man das bessern könnte. Dann beginnt das die Vorwege. Und die neue Bäume zu kümmern. Dann beginnt das die Vorwege. Und die Autor und die zweite Häuser. Und die neue Bäume zu kümmern. Und die zweite Haare. Und die zweite Woche, wie man das tut. Und die neue Bäume zu kümmern. Untertitelung des ZDF, 2020